Hallo, mein Name ist Bobby Van der Pan, ich bin einer der Autoren des Buches Kindeswohlgefährdung per Gesetz. In diesem Podcast möchte ich dich nicht bemitleiden oder selbst jammern, sondern wir in unserem Buch konkrete Lösungen zur Selbsthilfe aufzeigen. Ich will dir erzählen, warum du Gutachten ablehnen solltest, wie du Gutachten erfolgreich ablehnen kannst oder wie du sie selbst qualifiziert wieder lehnen kannst, falls du oder deine Kinder bereits Opfer geworden sind. Warum wählen Richter in Familiengerichtsverfahren meist betreffend Umgang und Sorge Gutachten? Zum einen, weil sie selbst lediglich Recht gelernt haben oder zumindest gelernt haben sollten, aber nicht im Ansatz, was der unbestimmte Rechtsbegriff Kindeswohl, wonach sich alles in einer solchen Verhandlung eigentlich entscheiden sollte, bedeutet. Zum anderen, weil sie die Verantwortung abdelegieren wollen. Eigene Zeit sparen, weil sie selbst viel zu lange bräuchten, die dicken Akten zu lesen und auszuwerten. Auch wenn Richter es eigentlich müssten. Das Fatale ist jedoch, dass jedes mir bekannte familienrechtliche Gutachten Willkür ist und zudem die Eltern und damit das Kind etwa 5000 Euro, oft sogar mehr, zu tragen haben. Ein verdammt teurer Würfel. Jetzt möchte ich dich fragen, möchtest du um das Schicksal deiner Kinder würfeln? Ich denke nein. Und daher verrate ich dir jetzt, warum es willkürlich ist. Jedes Gutachten muss die sogenannten wissenschaftlichen Mindestgütekriterien erfüllen. Die Hauptgütekriterien sind Objektivität, Reliabilität, Validität Pass jetzt gut auf. Ich möchte dir nur an einem Beispiel diese Gütekriterien erklären. Wir nehmen mal die Frage nach der Bindung, welche von Familienrichtern häufig gewählt wird. Objektiv wäre ein Verfahren, in dem ein Verfahren angewandt wird, in dem auch unterschiedliche Gutachter zwangsläufig zum gleichen Ergebnis gelangen. Angenommen, ein Gutachter stellt den Eltern Fragen, erhält Antworten und trifft daraus seine Entscheidung. Ein anderer Gutachter stellt andere Fragen, erhält andere Antworten und trifft eine andere Entscheidung. In der Folge wäre die Methode nicht objektiv. Die Objektivität ließe sich jedoch hinbekommen. Angenommen, wir hätten einen Raum mit einer Tür. In den Ecken sitzen Mama und Papa. An den Seiten des Raumes sind verspiegelte Scheiben, durch die Gutachter durchsehen können, aber die Eltern und das Kind nicht heraus. Es wird bestimmt, dass das Kind durch die Tür geht und dass die Bindung des Kindes zu dem Elternteil größer ist, wo das Kind zuerst hinläuft. Das Verfahren wäre in der Folge tatsächlich objektiv. Beide Gutachter, allerdings auch der Friseur oder die Bauarbeiterin, kämen zum gleichen Ergebnis, und zwar, dass die Bindung zu dem Elternteil höher ist, wo das Kind zuerst hingegangen ist. Ist das Verfahren denn aber auch reliabel, also verlässlich, verlässlich wäre es, wenn der Test nach 5 Minuten, 5 Tagen, 5 Monaten oder auch 5 Jahren wiederholt werden könnte und das Kind sich jedes Mal entscheidet, zum gleichen Elternteil zu laufen. Also ist es verlässlich? Nein, natürlich nicht. Würde der Test nach wenigen Minuten oder während eines Umgangswochenendes wiederholt werden, könnte das Kind auch zum anderen Elternteil laufen und damit das Ergebnis ein völlig anderes sein. Bereits Professor Dr. 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 Vernakis hat gängige Verfahren zur Bindung getestet und festgestellt, dass wiederholt man das gleiche Verfahren in einigen Fällen bereits nach wenigen Stunden eine völlig andere Bindung festgestellt wurde. Er hat belegt, dass Bindung prognostisch nicht feststellbar ist und dank ihm steht das Wort auch nicht im Gesetzbuch. Hinsichtlich der Bindung wäre damit im Übrigen klar, dass ein Richter, der die Bindung in seiner Entscheidungsgrundlage berücksichtigt, am Gesetz vorbei entscheidet. Denn die Intention des Gesetzgebers, die wohl wichtigste Auslegungsmethode, wäre damit ignoriert. Wir wissen, dass diese Frage bereits an der Reliabilität zwangsläufig scheitert. Dennoch wollen wir mal schauen, ob wenigstens die Validität erfüllt ist. Validität bezeichnet sozusagen die Gültigkeit einer Annahme. Wir können jetzt annehmen, dass die Bindung des Kindes zu dem Elternteil, wo es zuerst hingelaufen ist, größer ist. Allerdings kann es auch sein, dass das Kind gerade zufällig eine Frage hatte, die es dachte, dieser Elternteil besser beantworten kann. Sprich, wir wissen nicht einmal, ob die Bindung zu dem Elternteil, wo es zuerst hingelaufen ist, überhaupt größer ist. Gegebenenfalls handelt es sich ja sogar um eine Angstbindung. Des Weiteren ist fraglich, welche Annahme nun zu treffen sei, wenn man tatsächlich sagen könnte, dass die Bindung zu einem Elternteil größer ist? Bedeutet das, dass diese die Sorge und mehr Umgang haben sollte? Vielleicht entspricht es einem Kindeswohl, dann den Umgang zum anderen Elternteil, wo die Bindung geringer ist, größer zu gestalten, als den Umgang mit dem Elternteil, wo die Bindung ohnehin schon vorhanden ist. Damit das Kind auch von diesem Elternteil profitieren kann, damit es seine vererbten Veranlagungen, die es von jenem Elternteil hat, auch erlernen kann und sein genetisches Potenzial sowie grundrechtlich geschützte identitäre Persönlichkeit bestmöglich entfalten kann. Wir stellen also fest, dass familiengerichtliche Gutachten nichts weiter als ein teurer und gefährlicher Würfel ist. Jeder Mensch, der mit Hilfe einer Gebrauchsanleitung einen Schrank zusammenbauen kann, kann auch eine nominierte Methode anwenden. Daher hilft es auch nicht, wie viel ein Mensch gelernt hat oder nicht. Auch ein Psychologe mit vielfachen Doktortiteln oder die Bauarbeiterin oder der Friseur wird kein unwillkürliches Ergebnis zum Kindeswohl liefern können, außer es ist die gemeinere Sorge und die Betreuung 50-50. Nach dem Verständnis nun zur Lösung. Zum Glück kannst du Gutachten ablehnen. Die Ablehnung darf dir auch nicht negativ ausgelegt werden. Bereits das Bundesverfassungsgericht hat dies bestätigt. Damit dir das auch tatsächlich nicht negativ ausgelegt wird, nutzt du deine Kenntnisse aus dem Podcast oder aus unserem Buch Kindeswohlgefährdung per Gesetz, welches natürlich noch ausführlicher ist. Die Quelle zur Ablehnung von Gutachten kannst du dir sowieso kostenlos auf unsere aktuellen noch nicht ganz fertigen Seite www.geld-für-kinder.de ansehen. Solltest du diesen Podcast zu spät gesehen haben, kannst du ein etwaiges bereits erfolgtes Gutachten damit qualifiziert widerlegen. Und wisst ihr, was das Beste ist? Mit diesem Prüfstimmata könnt ihr mit etwas Kreativität jede gängige Behauptung von Richtern, Anwälten, Verfahrensbeiständen und Jugendamtsmitarbeitern hinsichtlich des Kindeswohls widerlegen. Des Weiteren hoffe ich, dass du damit auch lernst, selbst sachlich zu argumentieren und dir die Macht der belegbaren und objektiven Argumente zu nutzen machst, die euren Kindern die Betreuung 50-50 und die gemeinsame Sorge ermöglichen sollten. Zum Beispiel Bildungstoleranz oder die biologische Dualität. Damit schaffst du dann vielleicht sogar schon ohne Gericht den anderen Elternteil oder sonstige vermeintliche Autoritätspersonen zu überzeugen. Sollte es ohne Gericht nicht möglich sein, so weiß ich, dass sich solche Argumentationen bereits mehrfach sogar vor Gericht durchgesetzt haben, auch wenn der andere Elternteil dies vehement ablehnt. Meiner fachkundigen Meinung nach wäre eine andere Entscheidung des Gerichtes als die gemeinsame Sorge und die Betreuung 50-50 unter Beachtung des Kindeswohls in Kombination mit dem Willkürlichkeitsverbot auch gar nicht möglich. Ich hoffe dir damit geholfen zu haben und wünsche dir und deiner Familie alles Gute und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.